Zack, zack, da sind wir auch schon wieder. Und wieder eine Siegerin des heutigen Tages hier in Bochum. Internationale deutsche Meisterschaft, Junioren und Masters. Und wir haben hier die? Christine Kallus. Christine, du bist eben gerade von der Bühne gekommen, leicht erschöpft. War es ein harter Kampf dort rum? Ja, die Konkurrenz war sehr stark. Mädels alle super. Aber es hat einfach einen riesigen Spaß gemacht. Was ist denn der Hauptgrund, warum du generell zur Meisterschaft fährst? Der Spaß oder der Sieg? Der Spaß. Ja, der Spaß. In erster Linie der Spaß. Aber man will natürlich auch gewinnen oder gut platziert sein. Sehr cool, gerade so. Der Spaß. Obwohl, warte mal, Arsch aufreißen, zwölf Wochen nur für Spaß? Ich glaube nicht. Nee, mir macht es wirklich Spaß. Wirklich. Wie geht es weiter für dich? Bleibst du im nationalen Bereich oder möchtest du mal über den deutschen Rand hinausschauen? Da habe ich eigentlich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also ganz entspannt, wa? Ja. Also die Vorbereitung war völlig entspannt für mich dieses Mal, total. Ja, Meisterschaft diesmal auch. Dann sollte man vielleicht mal überlegen, doch nochmal eines Tages über den deutschen Rand hinauszuschauen, was die Wettkämpfe betreffen. Da warten wir einfach mal ab. Ich weiß, das müssen immer die entscheiden, die auch die nötige Ahnung dafür haben natürlich. Prinzipiell wirst du natürlich jetzt noch die Meisterschaft heute ein bisschen mit erleben. Sehen wir dich Ende des Monats vielleicht auch nochmal? Ja, mit Sicherheit in Bochum dann. Ja, ihr könnt, da gibt es keine Ruhe mehr. Ihr seid so gierig, wenn erst mal angefangen, dann richtig. Genau, dann sind wir hungrig. Dann sind sie hungrig. Deswegen wollen wir auch gar nicht weiter abhalten. Wir wünschen dir weiterhin noch viel Erfolg, viel Spaß heute hier in Bochum und vielleicht sehen wir uns zu Ende des Monats. Tschüss. Tschüss.